Eines Tages im Teletabby-Land. Etwas Neues war da. Eines Tages im Teletabby-Land Tinky Winky meinte etwas zu hören. Oh, was ist das? Hallo! Dipsy hörte es auch. Oh, was ist das? Oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Und Lala hörte es. Oh. 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 hörte es. Und sie gingen alle los, um nachzusehen, was es war. Was ist das? 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 Es war ein Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum! Die Teletubbies hatten noch nie zuvor einen Weihnachtsbaum gesehen. Hier haben wir die Teletubbies zurück. Er, ein Weihnachtsbaum. Die Teletubbies. Geht's los. Die Teletubbies. Die Teletubbies. Die Teletubbies. Die Teletubbies. Die Teletubbies. Die Teletubbies. Oh! Ah! Guck mal! Eins, zwei, drei, vier Geschenke! Eins, zwei, drei, vier Geschenke! Ein Geschenk für Lala. Eine Geschenke für die Lala! Oh! Eine Geschenke für die Lala! Ein Geschenke für Lala. Ein Geschenke für Po. Eine Geschenke für Po. Für Po, für Po. Oh, eine Cent für die Pau Ein Geschenk für Dipsy Ein Geschenk für Dipsy Und ein Geschenk für Tinky Winky Ein Geschenk für Tinky Winky Den Teletubbies gefielen ihre Geschenke sehr gut Und die Teletubbies haben sich sehr lieb Ich kann nicht musen